Ja, ich hoffe, dass uns das natürlich gelingt. Ich denke, dass wir von gestern Abend ein paar Wunden lecken müssen. Das ist normal, wenn man 4-1 verloren hat zu Hause. Wir haben auch ein paar angeschlagene Spieler. André Schürrle hat einen Schlag abbekommen auf dem Mittelfuß, Kevin De Bräune hat einen Schlag abbekommen. Joscha Gilawogi hat schon im Röntgenbild an der Mittelhand was, Gott sei Dank nichts gebrochen. Diego Benaglio hatte schon vor dem Spiel Rückenprobleme. Die wir dann kurz vor dem Spiel noch behandeln mussten, der heute auch mit dem Training aussetzen musste. Also für die Personalsituation sieht es so aus, dass wir am Sonntag noch ein paar Fragezeichen haben werden, wie wir dann letztendlich das personell auffangen können. Aber andererseits ist es natürlich auch gut, dass man gleich wieder so ein Spiel vor der Brust hat. Ja, dass man nicht gerade oder nicht lange Zeit hat darüber nachzudenken, was gestern alles schief gelaufen ist, sondern dass man gleich die Möglichkeit bekommt, am Sonntag in der Liga wieder Fuß zu fassen und hoffentlich dann auch gleich wieder mit dem Sieg in die letzten Spiele reingeht. Ja, ich glaube, dass man liest ja nur die Aussagen, die eine oder andere Zeitung dann doch mal aufschlägt und über Schalke die Berichte liest, ist natürlich die Enttäuschung im Moment groß, dass sie ihr Ziel Champions League dieses Jahr nicht erreichen werden, sehr wahrscheinlich. Ja, dass sie jetzt auch klar sagen, jetzt müssen wir alles dafür tun, dass wir die Euroleague absichern. Selbst das ist ja noch nicht in sicheren Tüchern. Und ja, Schalke hat lange in der Saison Probleme gehabt, große Probleme mit Verletzungen. Ich glaube, das muss man bei dieser Mannschaft auch mal oder dieser Mannschaft zugutehalten, dass es vielleicht in diesem Jahr nicht ganz so gut läuft. Wichtige Leistungsträger, die über Monate ausgefallen sind, die jetzt so langsam zurückkommen. Ich denke da an Verfahren, an Julian Draxler, die natürlich für diese Schalker Mannschaft auch eine enorme Wichtigkeit haben. Und ja, ich erwarte eine Schalker Mannschaft, die sicherlich alles probieren wird, um hier drei Punkte mitzunehmen. Da sie eben unter diesem Druck auch stehen, dass sie diesen Platz fünf jetzt absichern müssen. Und deshalb erwarte ich eine Schalker Mannschaft, die ihre Chance suchen wird, ob sie defensiv eingestellt ist. Ich glaube, aufgrund der verbesserten Personalsituation hat ja mein Kollege schon das Spielsystem doch wieder geändert von Dreierkette und 4-2-3-1 gespielt. Das, was die Schalker ja auch über Jahre gespielt haben. Und von daher gehe ich auch im Moment davon aus, dass sie mit diesem System dann am Sonntag gegen uns auflaufen werden.